Day of Tentacle Ich finde den toll Naja Was? 2 1 0 Die Einöle Ja Und das sind wir wieder Hallo Mit Christian und Krämer Achja meine Position war ja das Tor Und jetzt halte das Tor Ja man kann es auch stürmen Wir machen es nicht fett mit dem Position Wir machen einfach Okay Eine Platte leicht hinten Aber nicht fett mit dem Tor Sondern wir brauchen deinen dritten Mann Vorne auch Oh nein da hättest du nicht Den oh lol Nein Gut dass ich dumm bin Gut dass du Ja ja Ich versuche den auch irgendwie wegzuhauen Und boop Einfach Einfach Ich dachte der Spielte den in die Mitte Aber der hatte dich ja nicht mal gescheit berührt Du Mario Du Mario 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 Oh man kein erster Beikontakt Mario Du bist eine einzige Enttäuschung Du bist eine einzige Enttäuschung Ah Du bist eine einzige Enttäuschung Ja ich wollte den rein machen Und dann War der Krämer Und Ah Oh oh der war zu schnell aufs Tor gespielt Ahhhh Ahhhh Ich wollte den nicht richtig weghauen Ja Quertzbewegung Ich war so knapp davor ey Ich war so knapp davor ey So jetzt sind sie da wo sie haben wollen Ich geh drauf Wir werden sie aber noch reißen Jaja das war alles nur ähm tunlos ne Wir locken sie ja raus Ähm Der war Der war schön Der war schön Da war keiner von euch Ich bin hingegangen Ich dachte einer bleibt immer hin Ich bin voll voll verkackt mit dem Spur Aber Alles klar ihr geht vor ich bleib einfach hinten Aber wir wollen auch keinen die ganze Zeit hinten Wir wollen auch einen der mitgeht die Situation heraus spielt Also wenn nur zwei Stunden ist es ist auch nur scheiße Weil Die jod wieso längst du mich eigentlich ab wieder ich hörst ich hab mich die ganze zeit gerannt Nein habe ich nicht Ich hab mir die erste über die gefahren nur Ich hab dich kein bisschen berührt Ich hatte wegen dir kaum fahren was habt ihr euch nicht kein bisschen mehr setzt keine diskussion müssen das spiel unbedingt doch ja ich hab mich gar nicht echt nicht berührt und er klaut den krämen hat das tor dann klaut er ich sehe schon seine absichten und dann trifft er nicht meinen ball ich hab den berührt aber nicht als erster ich wollte ihn eigentlich so abdrängen aber ich hab ihn aber zu wenig berührt nur so leicht angeflitscht Mist schön Mieter 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 Schaden Mieter Nein ich dachte ich kriege den Rückwärts Mieter 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 noch mal Mitte sehr schön Nein, da geh ich rein Nein! Ich habe schon eine Minute noch Schön Nice Gut, er passt Man hört ein ganz leichtes Knistern Wegen Chips Chips? Du isst Chips? Aufnahme Das geht doch nicht Das geht doch nicht Oh, sorry Ja, kein Problem Ja, ich habe zu spät Glück, dass du noch aufbleiben willst Oh, einer ist raus Der Ball kommt mittig Und noch ein Tor machen müssen Ja, wir haben jetzt einen Mann weniger Ja Nice Nice, buddy Nein Kacke 1 Sekunden Fuck it Mal hinten Für solche Sachen Ja, das war's Die Chance Ja, den habe ich nicht mehr richtig erwischt Naja Haben wir am Anfang zu viel Scheiße gebaut Das, ja Hey, eine neue Antelle Na gut, geht direkt weiter Direkt auf Neues Jo Brauchste 3, Liga 3 Ich habe immer noch nicht verstanden, wie man jetzt hier aufsteigt Also die Reihenfolge, was man hier für Brauchste 3, Liga 1, Liga 2, Liga 3 Silber 1, Liga 3, Liga 2, Liga 1, Silber 2 Und Liga 1, 2, 3 Silber 3, Liga 1, 2, 3 Ja, 3 Ligen aufsteigen, um dann einen Rang zu steigen Warst du dich früher immer mit 5 fliegen? Keine Ahnung Früher Früher kann ich mich nicht mehr erinnern Zu lange Früher Früher war das immer mit 5 fliegen Früher war das immer mit 5 fliegen Ja, klar Also, sobald die Gegner haben Die bereit sind Ja, warum findet der den auch fast? Gut Jetzt aber Urban Central Chris, du oder ich? Okay, ich bleib direkt erstmal hin Kannst du machen Okay Dann komm du hinterher für den Pressball Ich hoffe nicht, dass es einen Pressball gibt's Nein, gibt's nicht Oh Nein Schön gemacht Nein Was denn so schön Heinkicken Schön Gehe ich Mit sich, kriegst du den? Nein Doch Ey, ich hätt nicht gedacht, dass die den Ah, ich dachte, du kriegst den Ich hätt auch nicht gar nicht gedacht, dass ich so weiter da durch den bringe Ey, ich dachte auch, dass der Gegner den berührt Das ist immer so scheiße, wenn du denkst, ja der Gegner kriegt den, dann kriegt der den nicht Und dann Ich bin verfahren Okay, schön gemacht Ja Krieg den, vielleicht Auch nicht Ah Mist, da war ein Tick früher dran Shit Der ist noch gut Ah, ich krieg den so seitlich Man hat mich von voll den Fruchtal erwischt Nein 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 Kacke Ich wurde geblockt Der Wurmsohn Gegner Sorry für die Aussprache Hä Das ist kein Problem Ich block, weil er in mich reinfällt Ja Ja, hast gesehen Oh Mann Ich dachte, ich block den voll gut, aber da war noch ein zweiter Das war ein zweites Mal Das war scheiße Schön So, geht weiter Geht nicht weiter Geht nicht weiter Ich bin zweit leider Fine Hehehe Ich bin zweit leider Ja, komm schon, Kräfer-Marin! Schön. Ja, Ausgleich. Ich geh' drauf. Ja, mach du. Gut, die Taktik! Ja, das ist das Problem. Wenn du ihn als Erster berührt, heißt das nicht, dass er dann auch wirklich zu den Gegnern fliegt. Ist nicht immer das Wichtigste, ne? Ja. Ah! Scheiße, Fall dafür. Mitte! Nicht ganz. Sorry. Kein Ding. Bleib weiter hier vorne. Nein! Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, gute Kombi. Ah, schade, schade, schade. Hau den weg. Nein, ich krieg's nicht, ich pack's nicht, ne? Nein! Nein, schade! Alter, knapp. Wie knapp war das? Sau knapp. Alter! Ja. Bin mir nur vor dir nase weggeschnappt. Schön! Komm schon, mach den Ausgleich wieder! Ja, wir gehen uns ja wieder! Geh mit her! Geh mit her! Ihr habt den... Ach, scheiße. Ihr habt den, äh... Leider ein bisschen weggauern. Uah! Mitte! Nein! So, weiter vorne! Da vorne! Nein! Oh, fuck! Ich hätt ihn fast selber noch reingemacht. Nein! Ich hätt ihn fast selber noch reingemacht. Ich hätt ihn beinah noch selber reingemacht. Ich war ein Stück zu Lamsang in der Luft. Zwei kleine Fehler, scheiße! Das gefällt mir im Moment so gar nicht. Drei von drei kann man nicht verlieren. Natürlich. Nein! Nein! Ein Spiel haben wir noch, das werden wir gewinnen. Ja! Ich hätt ihn schnell. Ich hätt ihn schnell da kann. Ja, ich kann's gar scheiße. Ich hab meinen Vorlag selber noch reingemacht. Chris? Okay. Ich täusche an und spring drüber. Nice! Gut drüber gesprungen. Gut drüber gesprungen. Oh, sorry! Nicht Klasse jetzt! Nein! 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 Oh ho ho ho! Zum Glück bin ich... ... ein bisschen zurückgeblieben. Hilfe, das ist zurückgeblieben. Ah, Mist. Sehr schön. Jetzt kommt, 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 kommt! Ja! Schön. BAM! Hast du ihn überhaupt noch getroffen beim zweiten Mal? Ne, beim zweiten Mal will ich stand, ich glaube nur da, falls der irgendwie abspringt. Oh, okay. Falls die Slow-Mo Lamsung er wird, das ist quasi der letzte Shot. Kontakt. Bitte? Ja. Genau. Schön. Ja, perfekt. Schön weggekickt. das ist Vollspeed rein Ich geh auf Ja, ich spring wieder drüber Ah, sorry Naja, so fast drüber gesprungen War eigentlich eher drunter als Ah, Alter Bau vorbei Wir gehen nicht, nein Nein, fuck den Arsch Fast gekriegt Aber leider nur fast Ehh Ups Schade, schade, was geht Oh nein, das Tor ist le... Ah, das war's Ja Das war so alles oder nichts Mhm Man hat mich noch ganz kurz gesehen Hätte beinahe noch vorbeigeschossen Alter hätte ich gelacht Ehhhhh Ups, ja mein Fehler Mein Fehler Joa Ich bin gern was... Wir werden's wieder verlieren Hä, also das ist jetzt wirklich Okay, dann gehen wir aufgaben Wenn du nicht an uns glaubst Da hinten Da hinten Ja Jetzt kräft den mal Okay Ah, Mist Ich hab' zu früh gesprungen Ich hab' zu früh Das war's Ich habe zu früh Ja, ich hab' zu früh Ich hab' zu früh Oh, nice Nein, 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 nein! Wenn ich den Ball, den Abpraller mit wollte. Einer hat überlebt. Oh, da, ich gespielt hier. Scheiße. Scheiße, das kann doch jetzt echt nicht sein. Mal schauen, ob wir auch was lächeln können. Ihr müsst. Echt? Bitte? Oh, meine Güte. Oh, Scheiße. Wo wurde ich jetzt getroffen? Der Wichser ist extra hinterhergefahren, nur um mich zu rammen. Der ist jetzt vorne. Oh, ich bin auch dran. Fuck, 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 fuck. Fuck, ich, fuck, ich, fuck. Fuck. Kommt ziemlich mittig. Sorry, ich weiß nicht, wen ich da weggekickt habe. äh wir beide haben nein das ist doch nicht mal irgendwas so scheiße nein mach zu weit weg wäre das ein wunderbares Tor gewesen sorry 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 das geht ja ab man drauf schade ist boah nice 23 Sekunden bis zum Ausgleich das Spiel macht mich voll angeschossen das war super sehr schön das letzte Spiel müssen wir gewinnen nicht wenn ich es ändern kann aber ja 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 Oh, schade. Nein, du Idiot. Was? Rübergelegt. Nein, ich habe ihn nur weiter losgehalten. Nein, ich habe ihn nicht. Den haben wir sie? Oh! Oh, Schade. Der sah von hinten sehr schön aus. Es sieht schön aus. Nein! Wie warum er? Nein! 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 Ich habe aber den Pfosten getroffen. Ist doch auch etwas, ne? Das Solo. Nein! Nein, 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 nein! 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 Das gibt's doch nicht! Nur noch unten drunter her. Ich hätte noch rauskicken können. Aber die letzte Niederlage war wenigstens eine schöne. Was? Schön? Das war spannend. Jetzt musst du ja zum Hauptmenü, oder? Genau. Jetzt geht's ins Hauptmenü. Dann geht das in der nächsten Folge. Beziehungsweise nächsten Samstag. Aufnahme weiter. Jo, irgendwas zu sagen? Chris, du musst ins Hauptmenü. Ich denke, das war einfach so. Okay. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Nachdemu. Wähle rein! confessed... Schlglak ins... Chere dir der reint masculine?